Hallo everyone and welcome to Learn German. Wir lernen seit ein paar Tagen Fühlwörter. Jetzt weißt du schon, was ein Fühlwort ist. Wörter, die Aussagen abschwächen. Unser heutiges Fühlwort ist sozusagen. Hier sind die Beispiele. Er war sozusagen der Held des Tages. Das ist sozusagen alles, was noch übrig ist. Fühlwörter sind Hilfswörter, die dem Sprecher helfen, etwas zu betonen. Sie ist sozusagen meine Vorgesetzte. Er war sozusagen das Vorbild für seine Brüder. Sie befinden sich sozusagen noch in der Trainingsphase. Fühlwörter kann man in einem Satz einfach ignorieren, um den Satz besser zu verstehen.